Nein, 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 nicht sterben. Wir gehen zu denen. Okay, lass zu denen gehen, lass zu denen gehen. Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Boss mit meinem kleinen Bruder mal wieder. Hallo. Hallo. Wir sagst immer so, hallo. Sagen wir, was so ist. Und zwar, das letzte Video kam ja richtig gut an mit meinem kleinen Bruder, fast 400 Likes. Vielen Dank nochmal dafür. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich heute mal wieder mit meinem kleinen Bruder aufnehme. Heute ist übrigens auch der erste Advents-Stream, vorausgesetzt ihr guckt das heute am Sonntag. Denn ich werde auch so gegen 12 streamen. Ich werde nicht so lange streamen, deswegen, ich packe euch das gleich nochmal in ein Infovideo. Was dann als zweites Video hat, kommt es halt ein kleines Infovideo. Wie gesagt, ist nichts Großes und es wird sich auch wieder von selber löschen. Und komm mal her, sehr schön. Dann machen wir uns mal ganz kurz einen Stick und noch eine Spitzhacke. So, oh, sehr schön. Und jetzt machen wir uns noch ein paar Blöcke und dann noch ein bisschen essen. So, und dann sind wir schon in der Mitte. Und Joni übernimmt heute mal wieder die Tastatur, ja, ne? Ja, wir sind noch nicht hier noch mit. Nix, 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 nix. Wir sind noch nicht hier noch mit. So, ich bin da übrigens auch eben erst aufgestanden. Weshalb ich mich vielleicht ein bisschen müde anhöre. Wann bist du heute aufgestanden? Ich war 7 Uhr und was war auch immer wieder eingepinnt. Oh, Junio. Das ist ein kleiner Insider. Ich, 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 ich sag immer. Oh, Junio, du bist so süß. Weil, ihr müsst euch vorstellen, mein kleiner Bruder hat so eine süße, weiche Haut. Und das ist so unnormal süß. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie süß mein kleiner Bruder bei sowas ist. Also, keine Ahnung. Der hat einfach so eine richtig knullig, weiche Haut. Oh, super Idee. Sehr schön. Der ist schneller gegangen, wenn er uns so abgemaltet hätte. Haben wir ja richtig mies genutzt. Okay, komm, der baut ja immer schon zu. Ist das guter Stein? Ne, glaub nicht doch. Doch, Mann, sehr nice. Alter, wir haben immer so ein... Vorne muss man einen Aiden abbauen, damit man dann ins Bett kommt. Ja, Mann, egal. Wir haben einen relativ Profi in unserem Team. So. So, und drückst die zwei. So, und noch ein bisschen essen. So, sehr schön. Nice, fünf essen. Ja, Mann. Das ist völlig okay. Ähm, wir sind viel besser. Ich glaub, Leute, Bad Wars... Ich wollte eigentlich wieder Survival Games mit meinem kleinen Bruder bringen. Aber, äh, ich schäme mich da ein bisschen, weil da meine letzten Videos alle Survival Games waren. Und das ist irgendwie nicht so geil. Hat er da gerade nur noch Back? Ja, keine Ahnung. Unser Spieler oder wie? Nee. Komm, lass mal zu denen gehen. Ähm, der blau. Und auf jeden Fall kamen die letzten Videos immer, äh, schon Survival Games. Und deswegen musste ich ja jetzt irgendwie was Neues bringen. Ja, okay. Einfach mal durchgewascht, yo. So, get rekt. Also, wenn ich jetzt du gewesen wäre, hätte ich das jetzt eingebaut. Oh, yo, Alter. Dann hätte ich das jetzt eingebaut. Zieh! Die hatte ich gerade so, das... Ich wollte das einfach einbauen. Okay. Ich dachte, das wäre unser Bett. Das wäre einbauen. Wir zerwaschen hier einfach, Leute. Komm, lass uns mal killen. Sie haben einen tollen Rückstoßstab. Sehr schön. Get schreckt. Haben wir den auch gekillt. Äh, sind wir Team Grün? Sind wir selber Team Grün? Ja, sind wir. Okay, gut. Dann, äh, lass uns mal als nächstes zu Team... Team... Oh, die haben... Nein, nein, nein. Die da hinten haben aber Bo. Ja, das ist uns jetzt mal völlig egal. Stimmt, wir sterben einfach. Und, äh, wenn die uns abschießen... Ja, guck mal, die haben einen schönen breiten Gang für uns. Wow, yo. Komm, 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 komm. Alles für uns vorgesehen. Komm, 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 komm. Alles für uns vorgesehen. Bamm! Alter, wie gut wir zu zweit einfach sind. Mann, ich möchte mit meinem Account spielen. Ah! Ah! Nein, egal. Leute, wir haben ihr Bett. Ähm, wegen Stats willst du mit deinem Account spielen oder wie? Weil wir gerade so richtig abrocknen oder wie? Wir rocken immer zusammen, Marc. Ja, Mann, so, gut, äh, dann, dann gönnen wir uns noch ein bisschen, äh, andere Sachen. Zum Beispiel? Und zwar ein wenig Essen und Sticks und Spitzhacke und ein paar Eisen hat sich auch nicht gebaut. Ne, ne? Soll ich lauter reden? Äh, kannst, hör mal, du kannst gerne an das Mikrofon rangehen, denn letzte Folge war ja ein bisschen leiser. Ähm, wir hatten da auch noch ein paar andere Aufnahmenversuche, aber die waren, äh, ein bisschen nicht so geil von diesem, von dieser, weil diese Runde war einfach richtig episch. Das ist die Runde, die wir zusammen aufgenommen haben. Falls ihr die auch noch nicht kennt, könntet ihr auch noch gerne, äh, nochmal gucken. Oh, die haben Eisen. Wow, wir müssen zu hoch gehen. Digga, 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 Digga. Digga, Digga. Hey, 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 hey. Okay, jetzt, 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 jetzt. Nein. Warte, rot, 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 rot. Okay, warte, warte, warte. Blau ist schon draußen. Warte, drück F5, drück F5, drück F5. Okay, der ist erstmal nicht hinter uns. So, was machen wir jetzt? Wir gönnen uns erstmal die Low-Bau-Brüstung. So, komm her. So, jetzt drück drei. Lange doch den zweitbesten Stick nehmen. So, es gibt keinen zweitbesten Stick. Doch, es gibt einen neuen zweitbesten Stick. Was? Da, siehst du? Das ist schwer, das zweitbestes Stick. Witzig, wir haben aber kein Eisen. Wir haben kein Eisen, ja. Spacken. Ja, ist ja lustig. Ich glaube, wir könnten nur Essen und Blöcke. Ja, lass ein bisschen Essen noch besorgen. Und Blöcke. Du bist immer so einer, der möchte ganz wenig nur von Albumer haben, damit das Inventar schön ordentlich ist. Ja, und jetzt lass einmal weitergekommen. Nein, Blöcke. Blöcke brauchen wir nicht. Ja, ja, Mann, egal. So, und jetzt aber nochmal hier E drücken, E drücken, E drücken, Shift. Oder auch nicht. So, und nein, 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 nein. Ich muss schön ordentlich haben. Nein, nicht Chef drücken. Ja, Chef drücken. So. Und los geht's. Komm. Jetzt versuchen wir, welches Team muss der noch ausgenockt werden? Team Rot. Aber die sind ziemlich OP ausgerüstet. Ich empfehle euch auch mal auf Minus-Music vorbeizuschauen, ne? Oh, bist du sicher? Komm, ähm, da, komm, 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 hier lang. Wir können zwar ein bisschen Eisen von denen. Und da ist gern wieder ein bisschen ans Mikrofon, wenn du redest. Und wir dürfen hier nicht runterfallen, Leute. Das ist nämlich dieses Komplizierte in Bad Wars, dass wir einfach, äh, sozusagen das Risiko haben, dass wir jederzeit runterfallen können, weil wir uns nicht richtig so absprechen können. Aber, äh, wir hoffen natürlich, dass das nicht passiert. Ja, hör auf damit, Mann. Geh einfach schneller. Da hinten kommen die doch schon. Und da hinten kommen die, Mann. Hör auf damit. So. Äh, so, jetzt mal das Schwert hier ganz kurz. Oh, wieso darf ich nicht Zahlen machen? Das ist mal so ein ganz, das Beste. Ja, natürlich das Beste. Und dann auch eine bessere Spitzhacke. So, E. Und. Du wolltest E. So. Jetzt noch das und nochmal E. Und, so, gut. Dann kann es weitergehen. Schade, wenn wir machen können. Und dann geht es bis jetzt, äh, wie lang? Sechs Minuten, oder? Ja, sechs Minuten, gute sechs Minuten. Ähm. Ja, ist alles so ein bisschen schwierig hier, Leute. Jo. Alle da, er gönnt sich. Jo, 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 nicht da reinreden. Komm. Ey, dreh dich um, mach einen Turn und da und runter. Nein, auf jeden Fall. Den aber. Komm. Ja. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Warte, 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 warte. Ja, du isst erst mal. Ja, natürlich muss ich erst mal essen. Wenn wir. So, so, so. Der Tis. Oh, scheiße, Mann. Komm mal wieder an das Mikrofon, sonst bist du wieder viel zu leise. So, das wäre tragisch, unsere schöne Aufnahme. Und ist hier immer unser Mikrofonkabel drin? Ja, unser Mikrofonkabel ist drin. So, ach Mann, das war jetzt schade. Das war schade, Leute. Ähm. So. Spannung pur. Ja, ja, ja. Spannung pur. So. Dann noch ein bisschen Essen. Und die Lower-Burstung. So, nein, ich möchte nicht mit dem Befreundet sein. Habe ich einen automatischen E-Namen eigentlich drin? Ich glaube schon, ne? Drück mal Tab. Tab ist bei mir woanders. Tab ist bei mir hier. So, weil, äh, mein kleiner Bruder. Ja, ich bin Grumpy, glaube ich nicht. Oder bin ich Grumpy? Ja, bin ich. So, äh, okay. Auf jeden Fall, mein kleiner Bruder hat diese, diese Namensauflüstung auf Back. Junio, 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 warte. Ja, soll er uns abschießen oder was? Ja, mach ein schwer. Ja. Juni, er soll uns nicht abschießen oder was machst du denn? Du stehst nur behindert rum. Ah, Juni. Mann, das ist Taktik. Das ist keine Taktik. Taktik pur von mir. Hör doch auf damit, Mann. So. Gut, jetzt aber. So, so. Und da noch. Und einmal springen, einmal springen, Juni. Er kann uns abschießen. Ja, das juckt mich nicht. Doch, juckt dich. So, und jetzt gehen wir da einmal rauf. Gehen wir einmal rauf. Bam, bam. Ja, gehen wir rauf. Und da noch einmal springen. So, sehr schön. Und. Jetzt hätten wir erstmal richtig Taktik. Oh, Juni, hör auf, die ganze Zeit rumzulaufen. Bleib da einfach mal stehen. Na hin. Ja, sollen die da jetzt einfach chillen und wir chillen ja auch? Ja, so muss das manchmal. Warte, werfen wir halt die Bronze weg. Wir gehen jetzt drauf. Go. Wow, das ist Taktik. Das ist Taktik pur. Ja, bist richtig gut. Killer. Richtig Killer, Alter. Ich kann es gar nicht fassen, wie gut du bist. Wow. Nice. Ey, da kommt ein Roter. Die müssen wir runterhauen. Oh shit, oh shit, oh shit. Chase, bitte. Jetzt, 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 jetzt. Runterhauen, 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 runterhauen. Nein, 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 nein. Du, nein, du zerstörst uns nicht. Nein, 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 bitte nicht. Nein. Komm, 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 komm. Oh, er ist unten, er ist unten, er ist unten, oder? Ist er unten? Er hat ihn gekillt. Oh. Komm, Blümel. Holy shit. Junge. Hier war ein Schwert da drin und wie. Ja, Mann, ja, ja, ja. Yo. So, gut. Oh, unser Teampartner ist ein korrekter, Alter. Junge, was machst du denn da? So. Man, ich will zahlen. Du willst zahlen? Das ist dann zu langweilig. So, komm. Was denn? Ja, jetzt geht doch. So. Low Bob Rüstung. Ja, Low Bob Rüstung. Nein, die brauchen wir jetzt. Ist ja lustig, ah. Mein Schatz. Komm, ähm, komm, ein bisschen näher. Komm, ein bisschen wieder näher ans Mikrofon. Hm, so. Hat er am Bogen? Nee, komm. Oh, nee, kein, oh, nee. Keine Schleimgeräusche ans Mikrofon. Bitte, Alter. Gräuliges Mistvideo. Oh, danke für 24 Eisen. What? Ah, so knapp. What the fuck? Komm, 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 direkt wieder mit dem Schwert. Direkt wieder mit dem Schwert. So, und noch einfach nur schnell eine Spitzhacke. Komm, 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 komm. Nein, wir brauchen jetzt keine scheiß Blöcke. So, zwei. So, und los geht's, los geht's. Oh, scheiße. Komm, 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 komm. Dann muss der übrigens irgendwie mit uns mitkommen. Denn die sind gerade richtig low ausgerüstet. Die hatten Eisenschwert, aber, ne? So, schnell rein? Äh, nee. Machst du jetzt nicht. Das dauert jetzt, glaube ich, zu lange. Nein, ich muss nicht mehr. Du musst ein bisschen lauter reden. Ich bin schnell. Und du darfst nicht immer scheuern. Wow. Winston. Was hat der denn alles? Oh, Pivo. So, alter, heftig. Wir hatten noch gar kein Gold. Mann, Mann, Mann. Komm, wir gehen jetzt einfach mal instant in die Mitte und gönnen uns ein bisschen Gold. Ist auch mal wichtig. Mit der Hand. Das ist immer eine schöne Idee. Naja, guck mal, die chillen da eh alle und quippen sich. Okay, warte, warte. Will der rüberkommen, oder? Will der rüberkommen? Dann rüberkommen wir. Vielleicht das Stress, ja? Ja, zwei, du bist ein Bogen. Sehr nice. Dachte ich mir auch gerade so. Vielleicht reicht es sogar für den Besten, aber... Sonja, beeil dich. Der kommt da, der kommt da, der kommt da. So, oh, scheiße. Oh, nein. Der mit dem Bogen. Ja, ja. Der kommt mit dem Bogen. Der kommt mit dem Bogen. Jürgen, nicht R5 drücken. Das ist verwirklich, falls wir da... So, warte, warte. Jetzt musst du so aufpassen, dass er sich runterschießt. So. So. Er kommt. So. Warte, warte. Okay. Da, 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 da. Juni. Nein, was machst du denn da? Nein, 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 nein. Nein. Nicht sterben. Oh. Wir gehen zu denen. Okay, lass zu denen gehen, lass zu denen. Lass zu denen gehen. Komm, komm, komm. Go, 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 go. Komm, wir gehen zu denen, weil unser Bett ist eigentlich eh weg. Ey, der wird aber immer noch instant von denen gekillt. Komm, komm, komm. Das schaffen wir jetzt. So. Wir zerstören ihr Bett, weil die killen den irgendwie. Okay, okay. Das Bett von uns ist weg. So. Und jetzt, jetzt, jetzt müssen wir uns eine Spitzheit schnell kraften. Komm, komm, komm. Go, go, go. So. Und. Zwei. So. Okay, los geht's, los geht's. Komm, 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 komm. So, und jetzt, und jetzt müssen wir die runterschubsen. Ja, viel Spaß. Komm. Nein. Nein. Leute, wir haben immer in ihr Bett zerstört. Ich würde sagen, das war es mit einer knackigen Runde Minecraft Bad Wars. Mal wieder mit meinem kleinen Bruder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne positive Bewertungen da. Und dann sehen wir uns nachher hoffentlich im Stream. Und ja, bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.